Personal ist in der heutigen Situation der demografischen Entwicklung und des zunehmenden Fachkräftemangels kritischer Erfolgsfaktor, vor allem für mittelständische Betriebe im ländlichen Gebiet. Und deshalb haben solche Unternehmen, die selbst keine Kompetenzen auf diesem Feld haben, einen hohen Profit davon, sich dazu extern beraten zu lassen. Die ZFP Tauber Franken GmbH hat ihr Portfolio in die drei Geschäftsbereiche Gesundheit und Prävention, Personalstrategie und Unternehmernachfolge eingeteilt. Die Psyche spielt eine sehr große Rolle. Viele Krankheiten werden auch über die Psyche ausgelöst und stark beeinflusst. Und von daher ist Medizin und Psychologie im Personalbereich eine sehr, sehr wertvolle Kombination. Untertitelung des ZDF für funk, 2017